Okay, das ist ja auch super nice. Okay, das ist echt cool gemacht. So. Okay. Oh Gott. Na, sowas liebe ich ja. Was? Wieso bin ich... Wir sind synchron gesprungen. Ja. Ich spiele dann schon mal durch, ja? Ich sag dir, wie die Credits waren. Weißt du, der Typ, der ständig stirbt hinter mir, ja? So. Ich komme! Wie läufst du denn? Was ist denn? Wie machst du das? Mit Stick... Achso. Rennen kannst du irgendwie mit Stick reindrücken, ist das bei mir. Wuhu! Bei dir vielleicht mit Shift? Ich mach dann nur so. Mach mal W-W. Mach mal Doppel-Dings. Ich seh dann halt so aus. Ich bin langweilig. Wuhu! 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 Das war so klar. W-Wann hast du ne Optik gerade? Aber ich muss doch da drauf, oder? Äh, ja. Hier. All right! Give it a whirl! Okay. Ah. Und dann musst du... Warte. Ja. Ja, hast du geschafft. So. Super. Ja, war schön mit dir, ne? Achso. Ja. Tschüss. Ich geh schon mal zum Scheidungsanwalt. Alles klar. So, hier. Guck ein Scheidungsanwalt, was passiert hier. Ah. Geil. Okay. Oh. Das ist aber ein sehr, sehr praktikabler Knopf, den wir hier gebaut haben. Bist du da? Du bist da. Okay, super. Ich komme. Nice. Oh, oh. Hurra! Hey, gut. Boing. Boing. Hu! Oh, Junge. Oh, nein. Boing. Flump. Flump. So, warte mal in dir. Das ist nicht gut, ne? Oh, nein. Warte. Oh, hier kommt man nicht durch. Schade. Oh, ich verstehe. Alles klar. Oh, Scheiße. Ich vertraue dir, Erik, ne? Ich habe es, ich habe es gemacht, aber es war zu spät. Ne, du hast es gut gemacht. Oh. Ja, gut. Ich dachte, du springst schon weiter. Entschuldigung, nochmal. Sag Bescheid. Fühle mich. Ich fühle dich. Ich fühle dich. Fühle mich. Oh, gut gefühlt. Uh. Oh. Das ist für die historie. Jetzt muss ich vor. Jetzt, jetzt ich. Alles klar. Oh, okay. Ich fühle dich. Ich fühle dich. Okay. Oh. Und. Ich fühle dich so sehr. Oh. Diese Gefühle sind real, Leute. Diese Gefühle sind real. Oh Gott, was? Sind das die Bodenstaubsauger, die du haben wolltest? Was sind, was machen die hier? So einen haben wir. So einen haben wir. Aber warum sind die jetzt, warum sind die Garage, Frank? Die waren teuer, die habe ich gekauft von meinem Gehalt. Die sind wirklich scheiße teuer. Ja, ich weiß. Aber das ist halt, ich, ich sehe dich doch so gerne sauber machen. Und dann, und dann kriege ich den Anschiss, weil ich mal einen Penny mit eingesogen habe? Hör mal! Hör mal das Geräusch! Ja! Original! Der Entwickler, der selber... Warte mal, ich sehe da hinten einen Schalter. Warte mal ganz kurz. Ja, ich guck mal bei dir mit. Ah, dieser rote da hinten, ne? Ja, ja, ja. Ah, schade, komme ich nicht drauf. Okay, schade. Aber sie ist sehr interessant. Ne, von hier auch nicht, ne? An die Wand springen geht wahrscheinlich... Was? Wow, Funk! Wow! Das ist aber... Das ist aber deprimierend. Das tut auch weh. Watt, du musst verfangen mit nacktem Oberkörper sauber machen und eine Cola Light trinken. Erik, ich bin oben. Oh, hast du hinbekommen? Ja. Okay, ich beobachte jetzt gerade bei dir auf dem Bildschirm. Du kannst doch da aufs Gitter unten, oder? Ach so, dann kommst du nicht mal zum Knopf. Ah! Wo bin ich? Ah, da kann ich... Ah, wir müssen hier beide, damit wir zum roten Schalter kommen. Weil hier kann ich nicht rauf. Ne. Wie bist du da hingekommen? Von hier aus? Von der Ecke? Genau von da. Genau von da. Mit Doppelsprung und dann Hechter. Ja. Genau so. Alles klar. Oh, hier geht's noch weiter. Ist das ein Secret hier, oder geht das hier offiziell weiter? Ich weiß nicht, ob wir jetzt was skippen. Keine Ahnung. Okay, warte. Ich lass mich mal kurz einsaugen. Slow. Roar! Jetzt müsstest du hier eigentlich von den Schlauch weg... Ach, du bist ja schon. Ja, ja. Ich bin einfach ins andere... ins andere Loch. Oh, guck mal, die Taschenlampe schon wieder. Die nur einmal. Die verfolgt uns. Oh. Mit meinem... Oh, ich mach den mit dem Bauch, guck mal. Ich mach die mit dem Fuß, guck mal. Bei mir ist es zu real. Ich mach mit dem Bauch, guck mal. Nee, guck mal, ich mach mit dem Fuß, guck mal. Bei mir ist aber... guck mal, der Bauch. Aber ich hab den Fuß, guck mal, hier. Echt? Ja, ich kann sagen mit dem Bauch, guck mal. Nee. Aber die Frage ist, was ändert sich jetzt mit der Lampe? Vielleicht wäre ich ein bisschen schade. Guck mal nach oben. Wie das... Wie das Rohr da schon an... am Saugen ist, ne? nein? Ehhh, das sieht voll eklig aus… Hm, und nochmal. Oh… Hoh… Freiheit… Nee, doch nicht, schade… Ehhh… Da war wieder so'n Ding? Oh, das lebt sogar. Guck mal… Da ist so'n Ding drin, hat's rausgeguckt. So'n Ding drin? Ja, so'n, so'n, die rausge… Oh! Alles klar? Oh, oh, nein, nein! Die weicht aus, alles klar. Da ist wieder, ja, da guckt so ein Viecher raus, die, diese Viecher, die überall gucken, weißt du? Die, die Augenviechers, ja? Ja, genau. Aber warum gibt... Kann man nicht von ganz oben? Ja, mach mal. Ne, ich kann doch nicht mehr ausweichen, dann ist es vorbei. Wir haben geskippt. Haben wir, wir haben was geskippt, ja? Wir haben was geskippt. Ihr skippt gerade sau viel? Oh. Aber, liegt das daran, dass wir gut sind? Aber, es gab doch den Weg da lang. Ja, den Weg gab's und... ...eins sehr großen Skip. Guck mal, wir können hier wieder runterspringen, dann sind wir quasi wieder bei der Stelle... Komm, dann springen wir wieder runter. Oh. Hä? Hä? Und komm mal zurück. Oh, ich hab bei dir auf dem Bildschirm geguckt. Haha. Ups. Ähm. Zurück geht nicht? Doch, zurück geht. Klar geht zurück. Wir haben aus Versehen einen Shortcut genommen. Sollte nicht gehen. Zack. Zack. Achso, ja, da hinten über die Boxen, ne? Zurück geht nicht. Schreiben wir daheimlichen Programmierer mit, ne? So. Okay, wir skippen nicht. Wir nehmen alles mit. Natürlich. Aber das siehst du mal, das siehst du halt mal, ne? Ja. Funk. Wir beide. Also, das ist schon... Wir sind schon gut. Erik, wo bist denn du? Du, ich bin... Wir beide sind schon gut, ne? Wir sind schon gut. Ich bin einfach blöd. Ach, ich war... Du bist zurückgegangen? Ne. Alles gut. Warte mal. Aber... Ja. Wir haben einen richtig großen... Teil geskippt. Aber wir kommen doch jetzt wieder zurück hier. So. Willst du mich verarschen? Wir haben voll viel geskippt. Sag mal. Ich hasse den Chat. Was ist denn mit denen? Ich hasse den Chat. Was ist denn mit dem Chat? Und wir sind zurückgegangen. Weißt du, Frank? Dieses Spiel, ja? Ist ja so ein Vertrauensspiel. Guck mal, ich mach das mit dem Fuß, ne? Ich mach das mit dem Bauch, guck mal. Ja, aber guck mal, ich mach das mit dem Fuß, ne? Guck mal, was ich mit dem Bauch kann. Ach. Aber ich hab das mit dem Fuß drauf, ne? Ich mach das immer mit dem Bauch, guck mal. So, das machst du schön mit dem Fuß. Guck mal, was... Ne, was ich sagen wollte. Das Spiel ist ja so ein Vertrauensspiel, ne? Ja, ist es. Ich dachte, das wär zwischen uns beiden und ich zwischen uns sind mit dem Chat. Guck mal, da... Erik, hier ist so ein Viech, hast du gesehen? Guck mal, hier ist so ein Augenviech, ne? Ach, guck mal. Hast du das Augenviech aber gesehen? Ja, guck mal, das ist ein Augenviech, hast du es gesehen? Das ist ein Augenviech? Hab ich nicht gesehen. Das ist wirklich das Augenviech. Da war es gerade, guck mal. Ja, ich seh's, ich seh's. Kann ich... Hast du Schusswaffen dabei? Äh... Ja, was brauchst du denn, eine AWP? Wär super. Einfach reinballern. Alles klar, weiter. Schade. Ah. Ich könnte mich da auch so anknicken, aber es klappt nicht. Nee, leider nicht. Nee, leider nicht. Nee, leider nicht. Nee, leider nicht. Was haben wir hier denn gebaut in dem Schuppen? Was ist das überhaupt für ein Schuppen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab damals einfach nur gebastelt. Uah. Warte mal, bevor ich da links gehe, gehe ich mal... Achso. Machst du doch. Wir werden das jetzt hier machen. Hüpp, hüpp. Wär nicht so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich guck dir erstmal zu. Oh Gott, Funk. Du testest das für mich. Okay, gut. Okay. Ich war mir gerade unsicher, ob das gut war. Oh, da geht's noch weiter. Das hab ich nicht gesehen. Nee, hier geht's überhaupt nicht weiter. Okay, schade. Hier skippt man sauviel. Ihr habt sauviel geskippt. Ultraviel, alle ganz hinten weg. Wir sehen nichts vom Spiel. Oh, der staubt auch. Roboter ist hier so schön. Oh. Okay, du schwebst da oben. Ja, danke Funk. Ich hab dich gefühlt, ich hab dich gefühlt. Finde Mary. Okay, warte. Jetzt, äh... Ja? Ich bin mir nicht ganz sicher. Achso, ich muss jetzt glaube ich das Sauggerät... Ah, da ist eine Plattform dabei. Genau, genau. Du musst dann das... Genau. Warte. Aufsteigen bitte. Ja, doch, doch. Genau so. Aufsteigen bitte. Hä, was war das denn? Vertrau mir doch einmal. Ich dachte gerade ganz kurz, du machst... Nein, 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 nein. Was war... Funk, was machst du... Ach, ich wollte das Ding zu dir bringen. So. Okay, bleib drauf. Bissens hier drüber. Ich halte gleich an. Ja? Ah. Geht das? Ja. Es müsste reichen. Ja. Ah. Nein, 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 nein. Dein Scheiß Geblase. Vor allem, du darfst mein Rohr nicht unterschätzen. Hey Erik, na was geht, hey, na was geht. Achso, ja, 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 super. Super. Du hast mein Rohr schon immer unterschätzt. Du bleibst echt beschissen. Immer in die falsche Richtung. Ja, mach das. Du hast schon verlockt. Okay, ich glaube, du musst da rein, ne? Oder rauf. Warte mal, mach mal. Wenn ich dann da reingehe, wo geht denn das lang? Nee, dann werde ich rausgepustet. Oh. Ah. Ja, ich glaube, du musst da, ne? Aber. Aber guck mal. Jemand muss dann so machen. Verstehst du? Okay, geh mal kurz. Schaffe ich das? Okay, warte. Hüpp, hüpp, hüpp. Hä, was machst du denn? Ja, nein. Bin und Stitch. Achso. 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 Ich war nicht sicher. Was hast du denn gemacht? Ich war nicht sicher, was du gerade tust. Hast du dich gekratzt? Nein, ich dachte, du gehst rein. Ja. Aber du bist da oben reingesprungen. Okay, ja. Jetzt. Okay, nochmal. Nochmal mit Gefühl, ja? Funk, was machst du denn? Ich wollte dir zugucken. Jetzt. Ab. Mann. Benutzt das Rohr. Mach's hoch. Nein, nein. Na ja, das war fast. Ja, Frank, du schaffst das. Ja, fast. Frank, jetzt mach doch mal bitte, ja? Was ist denn oben? Ich war nicht mal oben. So. Hüpp, hopf. Halt dein Rohr schön hoch. Ja, 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 ja. Jetzt. Oh, nice. Oh, Frank, wunderschön. Das war der Moment. Und jetzt? Jetzt musst du mich einsaugen lassen und komm dann da raus? Okay. Okay, dann kommst du da drüben, also gleich hier rein Oh Gott, oh Alter Das war knapp Das war richtig knapp Und du kommst dann da drüben, hallo Oh okay, ich drück hier Mit meinem Bauch übrigens, was ist das denn? Was ist das denn? Hä, bist du ein Apfel? Was? 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 Kannst du bei dir was verändern? Ich habe hier ein Rohr. Ja, aber da kam ja hier nichts an. Ah, ah! Ja genau, ich würde gerne da reinballern. Okay, wie kann ich das aufnehmen? Ach nicht, ich muss wahrscheinlich hier? Genau. Kann ich auch auf dich schießen? Ne, leider nicht. Okay. Ich mach den jetzt tief genug, jetzt solltest du rauf können. Kannst du schon rauf? Warte, warte, sieht so aus, ja, ich glaube. Ja, ich sollte rauf können, ja, 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 ja. Oh. Ja. Oh, nice. Richtig schön. Das ist gut alles. Okay. Ach, wir können jetzt zusammenschieben? Oh, hoch. Oh, hoch. Das machen wir gerade, wir sind so gut. Oh, Tobi! Warum? Du Scheißbuch! Huch! Oh, don't listen to him! Once I get my real body back, I can fix you! Oh, is that so? Then why did you buy the expensive Turbo X 2000? Huh? Hey! What? What? You've replaced me with the Turbo X 2000? A pretentious French, Matthew, who can't even suck, Popalang! Bitte was? Popalang! I'll show you who's the best sucker! Oh, Tobi! Du bist der beste Sauge! Okay, I'm out of here! See you later! Good luck! Oh nein! Oh nein! Teamwork was! Aber was, was im Aufrohrer-Turm? Oh, 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 oh! Aufring? Ne, okay, nicht hoch. Alles klar, wir müssen die ins Rohr bringen, glaube ich, ne? Oder? Können wir die aufringen? Hui! Aber wie, kann man die aufheben? Kappel! Verstehe. Okay, verstehe, verstehe. Aha, aha, aha. Ja wirklich, wie viel hat der denn bitte? Das ist ne gute Frage. Ba-ba-ba-ba-bam! Mehr geht leider nicht. Hast du noch was? Noch mehr? Ne? Mehr Spielraum hab ich leider nicht. Du willst nicht, ich verstehe. Du willst nicht, okay. Ja, ist... Oh! Wird das nochmal was? Alles. Wunderbar. So, du saugst. Sag Bescheid. Alles klar. I'm ready. Mehr krieg ich nicht. Du auch, Schatz. Oh! Ich hätte vielleicht mal springen sollen. Huch, was na... Ähm, ähm, wow! Der ist aber sehr engagiert. Cool! Ah, okay. Wow! Das ist ja wie Silvester. Bietiger geil! Oh, alles klar, du bist da drauf. Alles klar. Sag Bescheid! Und ready? Oh, wir haben diesmal nicht so viele leider. Ja, ja, ja. Wir müssen... Oh! Ich werde nicht gesehen. Alter, was? Der hat mich dann abgewogen. Der hat mich dann abgewogen! Der hat mich dann abgewogen gebaut, die Hütte. Warum hast du Steine auf das Dach gebaut? Ich weiß es nicht. Wie soll der Steine bei sich gebaut? Nene, die kommt doch von oben. Achso. Okay, ich glaub mal hier vorne rum, weil dann landen die, glaube ich, eh, hier. Ja. Ja, ja. So, okay. Der erste ist leider schon. Du bist da, ne? Ja. So, jetzt aber. Ja! Nice fun! Okay, lass Arme nehmen. in die augen ok los geht's ich bin gleich weit ich brauche ein bisschen länger zu ist das ekelhaft ist das widerlich wir sind monster frank wir sind monster aber wir haben neuen staubsauger ja wir haben den turbo x 1000 2000 ich weiß zwar wenig wo unsere tochter ich wollte probieren ob es klappt jetzt sage ich das nicht mehr schade na gut so jetzt reicht es war ein langes rohr mein gott das ging endlos gefühlt das ging ja ewig wir haben aber sehr viele staubsauger da jetzt mal wirklich was du bist eine sehr gute ingenieurin anscheinend da ich so viel geld habe da ich das so rauswerfen kann ja warte mal du bist die ingenieurin ja ja hab ich gesagt uuuu ja huch äh was war das denn funk hä wollt ihr den black street austesten ja wush 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 maus meine helfer mal wieder nein nein ich dähm mich grade nur ich mach aufwärmübungen Oh, hey. Wenn du mir helfen kannst, meine Freunde zu retten! Was Freunde? Meine Tool-Frienden! Wir waren immer wichtig, aber dieser Mensch hat uns in ihrer Toolbox und verlassen! Du meinst Mei's Toolbox? Ja, ja! Die Heartless Woman! Du kennst sie? Nein, er nicht! Ich habe die Heartless Woman einen neuen Job in der Stadt, und nicht mehr Zeit für unsere Hobbys. Wer glaubt ihr Hobbys? Du kennst es, wie schrecklich es zu sterben ist? Wie schrecklich! Wie schrecklich! Wie schrecklich! Schau, Hammer! Da ist ein Rüst-Rumover-Spray in diesem Tool-Kabinett. Wir können euch helfen, deine Freunde zu retten, aber nur, wenn du uns an Rose holst! Okay, das ist ein Problem! Schau mich an! Okay? Geh an die große Tür da oben! Pull das Nail aus! Wir werden es brauchen! Okay, hier geht's! Wo? Wo geht's? In den Kopf der Tochter! Was? Äh, na klar! Ach, cool! Du hammers, ich nagel! Es passt so gut! Ach, wie geil! Nein! Warum machen wir nicht einfach Krach? Was? Au! Oh mein Gott! Wie cool ist das denn? Warte! Nagel mich nochmal! Ich werde dich so nageln! Ganz kurz! Plot-Fiss wäre gewesen! Die Tochter hört uns! Denkt, wir sind Insekten! Und holt die Fliegen-Latsche! Und sie ist der Boss-Gegner! Aber ich dachte halt auch tatsächlich irgendwie sowas, dass wir jetzt eher... Aua! Aaaaah! Entschuldige bitte! So! Und jetzt? Und jetzt nagel den mal! Ne, okay! Achso, ne der kam zurück zu mir automatisch! Ja, der kam zurück automatisch! Ja, der kam zurück automatisch! Okay! Ah! Okay! War alles kaputt! Oh, hier geht's runter! Wie war's in deiner Mutter? Bam! Warum tust du das immer, Funk? Warum machst du immer das kaputt? Erste unsere Ehre, dann die Vase meiner Mutter! Oh, ich mach wirklich... Komm dann später, Erik, ne? Ganz normaler Berliner! Das sind deine Freunde! Das ist deine Mutter! So! Was? Hallo Schatz! Ich liebe dich! Tschüss! Ach schade, ich dachte, ich kann das alleine! Aha! Ach, schade! Nein, aua! Gott! Im Hintern! Das kannst du alleine! So! Okay, ich glaub, du musst das schießen und ich muss es nageln! Kannst du das nageln? Probier mal zu schießen! Nagel mal oben! Nagel mal das Gelbe! Jaja, das... also... Aber jetzt noch nicht, sondern wenn du das Ding runtergedampft hast, ne? Glaubste, ja? Mach mal! Schabam! Ja! Jo! Na, okay! Gut, dann hast du vielleicht eine Sache einmal richtig gemacht! Freundchen! Ja, Fang? Was ist denn los? Freundchen! Fang, was ist denn los? Hm? Hast du mich grad beleidigt, Fang? Hm? Hä? Hm? Komm ich da auch so? Nein, komm ich... Ja, kommst du da auch so? Hm? Du unabhängige Frau! Hm? Warte, ich beeil mich! So! Und du hast nur gewartet, dass ich die Nagel rausziehe! Ja! Ich weiß es genau! Ja! Warte! Du musst an deinen Vertrauensdefiziten arbeiten! Ich glaube auch! Warte mal, ich glaube... Wo bist du denn? Achso! Natürlich! Das waren die Verwandten! Natürlich! Genau! Ich glaube, du musst hämmern, ne? Ich glaube, du musst mit dem Hammer da rüberschwingen! Schwingen? Ich erinnere mich daran! Schwingen? Ja, ja hier! Da, wo dieser Nagel herausguckt! Da musst du rüberschwingen! Da kann ich ranschwingen? Ich glaube, du kannst da rüberschwingen! Mit dem Hammer! Oh! 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 Es geht aber nicht so! Oh! Oh! Cool! Voll gut! Und ich glaube... Deine Bücher? Und deine Schaltplatten? Was? Ich liebe dich! So viel zu meinen Büchern und Schaltplatten fangen! Das war dein Scheißnagel! Oh nein! Warte! Ähm! Ich wollte gucken, ob ich... Mhm! Kann auch ne unabhängige... Ja! Man kann rauf! Aber ich probier's jetzt nicht nochmal! Ne, ne, ne! Ich nehm... Ich nehm deinen Nagel! Hopp! Ah! Wunderbar! Wunderbar! Dein Frühstück jeden Morgen! Dein Auto! Oh! Deine Unterhose! Die stinkt! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Sehr! Es ist wirklich schön, dass wir heiraten mussten! Damals! Ach ja! Zwangsehe! Da machst du nix! Man kann sich manchmal nicht aussuchen! Ah! So! Uh! Juhu! Hello! The Bridge please! Wo gehst du die Brücke her? Zack! Jetzt hast du noch e'n gogo! Oh geil! Ja! Ja, ich dich liebe's! Wow! Mhm Kannst du da oben die Dose abfeuern? Warte. Nee, irgendwie nicht. Nee, leider nicht. Eine Enttäuschung. Einfach eine Enttäuschung. Okay, aber wo kann ich das nageln? Nee, geh einfach rüber. Warum bist du nur gerade zurückgegangen? Hast du mir nicht vertraut? Doch, doch. Ich hab was vergessen. Ach so, na dann. Ja, ja, ja. Du weißt ja, wie es ist. Das passiert. Klar kenn ich. So, was ist hiermit? Ich glaube, ich muss ordentlich... Au, mein Finger! Au! Aua, fang! Warte, geh mal rüber, geh mal rüber. Muss ich... Ich muss doch... Oh, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hau mal drauf. Hau mal drauf. Ja, ja, jetzt geht das Gelbe. Ja, ja, genau. Okay, und jetzt hier wahrscheinlich dann zweimal, ne? Kass. Ja, wunderbar. Vom Feinsten. So, du wartest auch, bis ich drauf bin, damit... Ganz genau. Ja, natürlich. Weil ich dir sehr vertraue. Nicht, weil ich deine Gegenwart so schätze. Mh, ach, Schatz. Guck mal, hier kannst du dich auslassen. Komm. Hier. Oh, mein Gott. Lass deinen Zorn endlich mal, lass deinen Zorn endlich mal frei im Lauf. Oh, ist das geil. Das ist für deinen Morgenschiff. Das ist für jeden Zungenkuss ohne geputzte Zähne. Das ist für deinen Bart. Das ist für deine hässlichen braunen Augen. Das ist für deinen Hund, der stinkt. Das ist für den anderen Hund. Das ist für dich, du Hund. Alle. Weg, weg. Und für deinen Gebäude. Okay, ich hab... Fang. Fang. Nein, warte. Hier ist noch was. Bitte. Die Gleis. Fang, ich hab ne Frage. Du hast ja ne Menge aufgestaute Wut, ne? Was hab ich? Kann ich nicht verstehen. Wie bin da? Ich habe die leichte... Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du hast ein bisschen unterdrückte Wut in dir. Was? Wusstest du, dass ich gar keine braunen Augen habe? Ich glaube, es ist der Selbsthass, der dich treibt. Du meinst, ich sehe mich in dir und ich hasse eigentlich mich? Ja, ich... Ja. Siehst du, das hasse ich auch an dir. Ah! Das war recht. Rechthaberei. Widerlich. Aber du kannst mit deinem Hammer echt gut umgehen. Was denn? Hä? Hier ist ein neues Glas. Hä? Aber... Danke. Jetzt wirke ich stärker dadurch. So. So.